Die elektrische Energieversorgung gehört für jeden von uns zum Alltag und ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Der Strom kommt aus der Steckdose, wenn man ihn braucht und so viel man braucht. Darüber, wie das eigentlich genau funktioniert, machen sich die wenigsten Gedanken. Doch dahinter steckt eine komplexe Infrastruktur, die sich durch die Energiewende in Deutschland gerade in einem deutlichen Wandel befindet. Wie das Stromnetz aufgebaut ist und funktioniert, erfahrt ihr in diesem Video. Außerdem betrachten wir, was sich am Stromnetz durch die Energiewende ändern muss und wie unser zukünftiges Stromnetz nach dieser Energiewende aussehen könnte. Und damit, hallo und herzlich willkommen bei Ingenieurskunst. Das elektrische Netz ist in mehreren Netzebenen aufgebaut, die anhand der Spannung unterschieden werden. Es gibt eine Höchstspannungsebene mit 220 oder 380 kV, eine Hochspannungsebene mit 60 bis 150 kV, in der Regel jedoch 110 kV, eine Mittelspannungsebene mit in der Regel 20 kV im ländlichen und 10 kV in städtischen Gebieten und eine Niederspannungsebene mit 230 beziehungsweise 400 Volt. Zwischen den Netzebenen werden Trafos genutzt, um die Spannung zu wandeln. Die Höchstspannungsebene wird vor allem für die Übertragung über weite Strecken genutzt, da die Übertragungsverluste mit steigender Spannung geringer werden. Auch die Anbindung an die Netze der umliegenden Länder erfolgt auf dieser Spannungsebene. Die großen Kraftwerke wie beispielsweise Kohlekraftwerke, AKWs oder teilweise Wasserkraftwerke speisen direkt in diese Netze ein. Auch sehr große industrielle Verbraucher sind direkt hier angeschlossen. Diese Netzebene wird in der Regel als Übertragungsnetz bezeichnet. Die Hochspannungsebene darunter sorgt für die überregionale Verteilung. Teilweise sind auch hier große Verbraucher und Erzeuger angeschlossen. Auf der Mittelspannungsebene erfolgt die regionale Verteilung in der Gemeinde oder Stadt. Hier speisen auch Windkraftanlagen und PV-Parks ein und mittlere industrielle Verbraucher sind direkt an das Mittelspannungsnetz angeschlossen. Die Niederspannungsebene wird genutzt, um die lokale Feinverteilung direkt an die Haushalte zu gewährleisten. An einem Trafo hängt hier meist ein Straßenzug oder ähnliches mit einigen Häusern. Es werden also nur die letzten Meter zum Verbraucher über Niederspannung angeschlossen. Dieser Aufbau kommt aus der früheren Situation mit relativ wenigen großen Kraftwerken, deren Leistung in die Ballungsräume in Deutschland, insbesondere das Ruhrgebiet, transportiert wurde. Durch die Energiewende und den Atomausstieg nimmt der Anteil an erneuerbarer Erzeugung heutzutage deutlich zu und die Anzahl großer Kraftwerke geht gleichzeitig zurück. Das bedeutet, dass sehr viele kleine dezentrale Anlagen direkt auf den unteren Ebenen ins Netz einspeisen und die Einspeisung in den höheren Netzebenen gleichzeitig zurückgeht. Lediglich große Windparks und Wasserkraftwerke speisen zukünftig noch ins Höchst- und Hochspannungsnetz ein. Während Kraftwerke meist in der Nähe von Ballungsräumen gebaut werden konnten, wo der Verbrauch am größten ist, werden Windkraftanlagen und PV nur noch zum Teil dort errichtet. Man muss sich hier mehr nach lokalen Gegebenheiten richten, wo die Erzeugung auch sinnvoll ist, es also beispielsweise viel Wind oder Sonne gibt und auch der notwendige Platz vorhanden ist. Die Übertragung findet dadurch eher in Trassen und oft über längere Strecken, je nach Wetter und Erzeugungsbedingungen statt. Beispielsweise Windstrom von Nord- und Ostsee in den Süden. Hier werden in Zukunft auch verstärkt HGU-Trassen zum Einsatz kommen. Wenn euch interessiert, wie das funktioniert, schaut euch auch das Video dazu in der Infokarte an. Durch die dezentrale Einspeisung von vielen kleinen Anlagen in den unteren Netzebenen muss auch die Intelligenz des Netzes, also Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik, in den unteren Netzebenen zunehmen. Diese war in der Vergangenheit, als hier vor allem kleine Verbraucher waren, nicht notwendig. Hier wird heutzutage auch häufig vom Smart Grid geredet. Zu diesem Thema wird es auch bald ein eigenes Video geben. Abonniert jetzt den Kanal und aktiviert die Glocke, um das nicht zu verpassen. Da das elektrische Netz selbst keine nennenswerte Speicherkapazität hat, muss der Strom immer genau dann erzeugt werden, wenn er verbraucht wird. Erzeugung und Verbrauch müssen sich also die Waage halten. Dies ist notwendig, damit die Netzfrequenz konstant bleibt. Wird zu wenig Energie erzeugt, nimmt diese ab. Ist die Erzeugung zu groß, nimmt die Frequenz zu. Während der örtliche Ausgleich von Erzeugung und Verbrauch durch Stromtrassen erreicht werden kann, sind für den zeitlichen Ausgleich, wenn in ganz Deutschland oder gar ganz Europa nicht genug Energie erzeugt werden kann, Speicher notwendig. Hier gibt es bereits eine Vielzahl an Technologien, beispielsweise Pumpspeicherkraftwerke, Großbatterien oder dezentrale Kleine, aber auch Wärmespeicher in Verbindung mit Wärmepunkten oder KWK-Anlagen können hier genutzt werden, um den elektrischen Energieverbrauch zeitlich zu verschieben in Zeiträume, in denen die Erzeugung größer ist als der Verbrauch. Es wird auch in Zukunft eine Vielzahl von solchen Speichertechnologien eingesetzt werden, da für unterschiedliche Speicherdauern unterschiedliche Arten von Speichern notwendig sind. So wird beispielsweise zum Ausgleich von PV-Erzeugung, die nur tagsüber stattfindet, eine Speicherung für den Verbrauch nachts notwendig. Dies kann beispielsweise durch Batterien geschehen. Für eine sogenannte Dunkelflaute dagegen, wenn es längere Zeit durch das Wetter weder viel PV- noch Windstrom gibt, benötigt man auch Speichermöglichkeiten über mehrere Tage oder gar Wochen. Dabei ist der Einsatz von Batterien nicht mehr sinnvoll. Aber auch hier können Technologien wie beispielsweise synthetisches Gas, das sehr lange gespeichert werden kann, Abhilfe schaffen. So ist sich die Wissenschaft einig, dass auch mit einem deutlich gesteigerten Anteil an erneuerbarer Erzeugung bis hin zu 100% ein stabiler und robuster Netzbetrieb möglich ist. Um dorthin zu gelangen, muss das Netz intelligenter werden, neue Stromtrassen sind notwendig und auch in den Verteilnetzen ist an einigen Stellen ein Ausbau sowie mehr Intelligenz notwendig. Wenn euch das Video gefallen hat, schaut euch jetzt noch das Video zum Thema Gleichstrom vs. Wechselstrom an, in dem auch das Thema Hochspannungs-Gleichstromübertragung genauer behandelt wird. Oder ein anderes Video zur Energiewende hier.